Guten Morgen, mein Name ist Claudia Buchholz. Ich bin Geschäftskundenbetreuerin bei der Hypo Vereinsbank hier vor Ort in Norderstedt. Wir sind ein junges, innovatives Team, sitzen direkt im Herzen von Norderstedt, sind bestrebt darin, neue Kunden zu akquirieren, sind sehr motiviert und haben viel Freude an unserer Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020